Hallo miteinander, ich bin Beat Capullo und ich bin Edgar Janky und wir unterrichten Saxophonen. Das Instrument gibt es in vielen verschiedenen Grössen. Von klein bis groß. Mit dem Saxophon ist man in vielen verschiedenen Musikstilen und Formationen vertreten. Im Jazz. Im Sinfonieorchester. Elektronische Musik. Die Rock. Und in der Unterhandsseite. Wir freuen uns auf alle. Nach dem Vielen Dank.